So, jetzt habe ich sie mir mal alle aus der Wurfkiste stibitzt, damit ich sie alle durch richtig durchgucken kann. Dann könnt ihr sie auch sehen. Aber wir nehmen sie nicht lange raus. Ihr hört, wie die Mama protestiert, dass ich mir hier ihre Babys angeeignet habe. Ja, jetzt könnt ihr sie richtig sehen. Wunderschön, oder? Ist das nicht goldig? Machen wir auch gar nicht lange rum. Jetzt habt ihr einen kurzen Blick drauf werfen können. Ich habe alle kontrollieren können, weil ich muss sie ja so oder so rausnehmen. Sie müssen ja zweimal täglich gewogen werden. Und jetzt habe ich gesehen, Bauchnabel, alles in Ordnung. Und dann dürfen sie gleich wieder zurück, bevor die Mama ganz verrückt wird. Bis dann. Tschüss. Tschüss.